Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zusammengebaut hier im YouTube-Channel von Ukonio. Lego hat einen Clown gefrühstückt und ein neues Geburtstagsset veröffentlicht mit Artikelnummer 40153 und das Set beinhaltet 120 Teile. Darunter eine Minifigur, ja zwar ohne Beine, aber dennoch ein gern gesehener Gast auf jeder Geburtstagsfeier, denn per einfachen Mechanismus springt der Clown quasi aus der Torte. So muss es sein. Vorne lässt sich zudem noch eine Ziffer anbringen. Von 1 bis 99 ist alles möglich und die Teile liegen diesem Set bei. Übrigens ein sehr fairer Preis, wie ich finde. Für rund 8 Euro ist das neue Geburtstagsset erhältlich. Nun also, das nächste Wiegenfestel darf gerne kommen. Ich wünsche mir immer frohes Bauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, gibt es dann… Untertitelung des ZDF, 2020